Drei Frauen, schön, leidenschaftlich, temperamentvoll, aber gefangen in unglücklichen Ehen und in den Begrenzungen ihrer Zeit. 19. Jahrhundert, Literatur, Madame Bovary, Anna Karenina und Effi Briest. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, mein Name ist Peter August Kessler, ich bin Geschichtenerzähler und Literaturnozent. Und ich lade Sie ein zu Kulturgeschichte, Literaturgeschichte, Filmgeschichte und vielen Lekturetipps. Heute also die drei unglücklichen Damen der Weltliteratur aus dem 19. Jahrhundert, Flaubert's Madame Bovary, Tolstoy's Anna Karenina und Fontanis' Effi Briest. Dazu aber auch ein paar Worte über die Verfilmungen, vor allem die Verfilmungen der aktuellen Zeit und ein Blick über den kulturellen Tellerrand nach Marokko oder in die Türkei zum Beispiel. Weil ich habe mich gefragt, gibt es auch eine moderne Effi Briest? Also den Stoff quasi erzählt oder einen ähnlichen Stoff erzählt im Hier und Jetzt, im Roman und Film? Wir werden sehen. Jetzt erstmal ein Schritt zurück ins 19. Jahrhundert. Eine spannende Epoche, eine Epoche des Wandels, des Umbruchs, des technischen Fortschritts und eine Epoche der Veränderung im nie gekannten Ausmaß. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Berlin spazieren im Jahre 1800. Da erleben Sie eine Stadt, Hauptstadt des Königreichs Preußens, aber es ist eine Stadt mit circa 150.000 Einwohnern. Machen Sie jetzt diesen Spaziergang im Jahr 1900, also 100 Jahre später, erleben Sie eine pulsierende, aufregende, überbordende Metropole mit 1,8 Millionen Menschen. Wachstum in einer unermesslichen Schnelligkeit und Größe. Dann Fortschritt, Wohlstand auf der einen Seite und auf der anderen Seite im 19. Jahrhundert, soziales Elend, Armut, Veränderung der Arbeitswelt, Erfindungen oder die, die einfach das Leben der Menschen nachhaltig verändern. Zum Beispiel die Eisenbahn, Beschleunigung, dann Fotografie. Da geht es ja um die Darstellung der Wirklichkeit und das Festhalten der Wirklichkeit. Und wenn wir da an die Literatur anknüpfen, ist das spannend, weil wir sehen erstmal die Romantik. Die geht ja so ungefähr bis 1830, 1832. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, auch in Europa. Und die Romantik ist bei den Dichtern oder in der Literatur die Epoche, in der der Dichter, der Schriftsteller als Schaffer einer Wirklichkeit gilt. Also einer Welt, die er so darstellt oder so erschafft, wie er sie gerne hätte. Flaubert und Tolstoi und Fontane gehören aber zum Realismus-Naturalismus. Und das ist die geistige Strömung, in der der Dichter die Welt so darstellen zu versucht, wie sie tatsächlich ist. Im Realismus ist das noch ein bisschen poetisch gedämpft und nicht so krass wie im Naturalismus, weil der Naturalismus geht noch einen Schritt weiter. Der bringt auch die Schattenseiten des Lebens, die unangenehmen, die hässlichen Seiten des Lebens auf die Bühne. Der bricht Tabus, Sexualität in unangenehmen Ausmaße. Krankheiten wie Syphilis oder Alkoholismus und sexuelle Triebe. Also halten Einzug in die Literatur. Und das 19. Jahrhundert ist auch die Epoche, in der die Soziologie entsteht. Also die Wissenschaft, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Mit der Frage, wie reagiert Individuum auf Gesellschaft oder wie reagiert Gesellschaft auf Individuum. Wie bestimmt das Milieu den Menschen? Und bei unseren drei Autoren geht es um Frauen. Da geht es um die Situation der Ehe. Deswegen heißen die drei Romane auch Ehebruchromane, weil die drei Frauen versuchen ja aus der Ehe auszubrechen. Und da stellt man sich die Frage, oder es geht darum, was passiert, wenn eine Ehe nicht funktioniert? Was passiert, wenn die Frauen unglücklich sind? Welche Möglichkeiten haben sie? Und wie reagiert Gesellschaft darauf? Flaubert ist der Erste im Bunde 1857 mit Madame Bovary. Madame oder Emma Bovary heiratet ihren Mann Charles und der ist ein mittelmäßiger, etwas dümmlicher Landarzt. Und sie langweilt sich schrecklich in der Ehe, weil sie stellt sich nämlich die Ehe oder die Liebe so vor oder hat sich vorgestellt wie Ritterromane. Kitschig, melodramatisch und aufregend. Und sie kann diesen Realitätsclash einfach nicht ertragen. Sie versucht sich mit Liebhabern zu trösten. Diese Beziehungen scheitern aber auch an den übersteigerten Erwartungen. Sie versucht sich mit Luxusgütern zu trösten und verschuldet sich dabei. Und am Ende, als alle Liebhaber sie verlassen haben und nur noch Schulden übrig bleiben und die Kredite platzen, setzt sie ihrem Leben ein theatralisches Ende mit Gift und sie endet qualvoll. Flaubert ist sehr modern für die damalige Zeit, weil der Erzähler, der uns diese tragische Geschichte vermittelt, ein Erzähler ist, der nicht moralisiert und der sich nicht in die Geschichte einmischt und der die Geschichte nicht kommentiert und der auch nicht wertet. Dann zeigt uns Flaubert stellenweise die absolute Banalität des Alltags, indem er Nichtigkeiten thematisiert. Zum Beispiel ein Glas Sidra, also ein Glas mit Apfelwein, das auf einem Tisch steht und von Fliegen umvölkert wird. Und dieses unästhetische Bild, diese Kleinigkeit, die für die Handlung nicht relevant ist, steht für die Banalität des Lebens und ist für die damalige Zeit auch sehr modern. Der Schreibstil ist trotz der Tragik mit leichter Ironie auch teilweise versetzt, teilweise ein bitterböser Sarkasmus, der die damalige Gesellschaft kritisiert. Und Madame Bovary ist als Figur unsympathisch. Aber sie erreicht das Mitgefühl ihrer Leser und Leserinnen. Das ist große Kunst. Auf der Leinwand ist ein Vergleich interessant zwischen einer Verfilmung von 1991, Claude Chabrol mit Isabel Huppert und einer modernen Verfilmung. Mit einer modernen Verfilmung von 2014. Mia Wasikowska spielt da die Madame Bovary. Und interessant ist, dass 2014, das ist eine Regisseurin, Sophie Barth, die den Stoff inszeniert, die die Madame Bovary viel sanfter sterben lässt. Sanfter als im Roman, in dem wir die Vergiftungserscheinung mit Arsen verfolgen müssen, in all ihrer Grausamkeit und in ihrer Brutalität. Und bei Claude Chabrol ist das ähnlich. Und eine Regisseurin im Jahre 2014 lässt hier die Madame Bovary nicht mehr so grausam sterben. Wie sieht das jetzt bei Tolstoi aus? Anna Karenina erschien zwischen 1877 und 1878. Und Anna Karenina ist zu Beginn des Romans schon verheiratet. Sie ist adelig, lebt in St. Petersburg und fährt nach Moskau. Und dort auf dem Bahnhof trifft sie per Zufall einen Grafen Wronski, der sich sofort in sie verliebt. Und im Laufe des Romans wächst die Leidenschaft und die beiden finden zueinander und gehen eine Beziehung ein. Und Anna Karenina, im Gegensatz zu Madame Bovary und Effie Priest, möchte diese Beziehung öffentlich leben. Sie bekennt sich zu dieser Beziehung und reicht und bittet ihren Mann um die Scheidung. Da sie aber abhängig von der Gnade ihres Mannes ist, wartet sie quasi den ganzen Roman auf diese Scheidung, lebt mit ihrem Mann in der gesellschaftlichen Isolation und die Beziehung zwischen den beiden scheitert zum einen an dem gesellschaftlichen Druck, aber auch an Annas Eifersucht und an Annas Ängsten und an Annas Gefühlsunstimmigkeiten. Und sie setzt ihrem Leben freiwillig ein Ende, indem sie sich vor den Zug wirft. Wir haben noch eine andere Ehe bei Tolstoi, eine andere Beziehung, da ist Lewin. Und Lewin ist so ein Abbild von Tolstoi. Wir finden viele Züge aus Tolstoys Biografie in Lewin. Und der umwirbt eine Kitty. Und diese Beziehung ist am Anfang sehr schwierig und wird aber immer besser. Und am Ende steht die Ehe als glückliche Ehe der beiden als Gegenmodell zur Beziehung von Anna Karenina und Graf Wronski. Das Ganze ist brillant erzählt. Auch hier eine ironische Gesellschaftskredit, ein Blick auf die russische Gesellschaft, die heuchlerisch dem Mann die Affären verzeiht und die Frau aber gesellschaftlich ächtet, wenn sie es dem Manne gleich tut. Verfilmungen wäre als Vergleich interessant, 1935 Greta Garbo, großes Hollywood-Kino, aber ohne das Thema Sexualität, das bei Tolstoi im Roman durchaus angesprochen wird. Das streicht man in diesen Hollywood-Drehbüchern von 1935 alle weg. Und als Vergleich eine Verfilmung von 2012 mit Keira Knightley in der Hauptrolle, die quasi wie auf einer Bühne stattfindet. Die Figuren quasi als Schauspieler, teilweise auch als Marionetten der Gesellschaft und ein Karenin, also ein Ehemann, der in den meisten Verfilmungen, auch bei der Greta Garbo-Verfilmung, auch als strafend und böse sich dem Publikum darbietet, der hier einen versöhnlichen Schluss, am Schluss sehr versöhnlich wirkt. Tolstoi, ähm, Entschuldigung, Fontane, Effi Priest, 1895, Fontanes Alterswerk. Worum geht es bei Effi Priest? Effi, 17 Jahre, schön und temperamentvoll, lebenslustig, wird verheiratet an den viel, viel älteren Baron von Instetten. Dieser macht Karriere im preußischen Beamtenapparat, zieht mit Effi in eine Kleinstadt an der Ostsee und vernachlässigt seine Frau und aus Langeweile erliegt sie den Verführungskünsten eines gewissen Major Krampas und mit dem beginnt sie eine Affäre. Diese Affäre bleibt ohne Folgen und unentdeckt. Selbst für den Leser ist es schwer oder geht es relativ leicht, diese Affäre zu überlesen. Die wird umschrieben, da geht es um Andeutung, meisterhaft in der Sprache Fontanes. Es ist oft die Rede von den täglichen Spaziergängen. Der Mann wird nach Berlin versetzt, macht dort Karriere und eigentlich wäre alles gut, hätte Effi nicht diese Briefe dieser Liebesbeziehung aufbewahrt und durch einen unglückseligen Zufall, während sie auf Chur in Bad Emswald, findet ihr Mann diese Briefe. Und er hat jetzt die Wahl, vergibt er seiner Frau, was er eigentlich möchte, denn er liebt sie oder verhält er sich wie ein preußischer Beamter. Und das tut er dann gegen seinen Willen, gegen seine Überzeugung, gegen seine innere Überzeugung, entscheidet er sich freiwillig für den preußischen Ehrenkodex, nämlich das Duell. Und diesen Major Krampas, den Verführer, fordert er zum Duell auf, er schießt ihn, reicht die Scheidung ein und Effi landet in der gesellschaftlichen Isolation und an der zerbricht sie und stirbt quasi an gebrochenem Herzen. Fontane zeigt hier auch eine Gesellschaft, in deren die Regeln, moralische Regeln, nach denen die Gesellschaft funktioniert, innen schon hohl sind, aber die Menschen ihr noch folgen. Es wäre hier der Ehemann Instetten und aber auch die Eltern von Effi Priest. Verfilmungen gibt es derer fünf. 1939, Regie Gustav Gründgens, Hauptrolle Marianne Hoppe, sehr interessant deswegen, weil hier mitten im Dritten Reich der preußische Ehrenkodex infrage gestellt wird. 1955, Ruth Läuwerig, großes Kino der 50er Jahre, melodramatisch, aber privates Drama, ein privates Drama, Gesellschaftskritik, die wir im Original bei Fontane finden. Diese Äußerungen, diese Zitate suchen wir oft vergeblich in diesem Film. Ende der 1960er Jahre, DDR-Verfilmung mit Angelika Domröse. Hier haben wir sehr satirische Seitenhiebe auf das preußische Junkertum und berühmt die Verfilmung von Rainer Werner Fassbinder von 1974 mit Hannah Shigula. In Schwarz-Weiß, die Figuren teilweise wie in einer Erstarrung bewegen sich wie Marionetten, stellt quasi diesen gesellschaftlichen Stillstand dar und dieses Agieren der Figuren, die eigentlich anders handeln möchten, aber unter diesem gesellschaftlichen Diktat quasi wie eingefroren sind. Und dann 2009 Hermine Hundgeburt, eine Regisseurin, die gibt Effi Priest am Ende des Films nicht das tragische Ende, sondern entführt oder entlässt Effi Priest als selbstbewusste junge Frau in die Freiheit. Ja, das waren diese drei Frauen des 19. Jahrhunderts, diese Ehebruchromane von Männern dargestellt, die alle drei tragisch scheitern. Es geht gesellschaftlich bei allen dreien ums Ganze. Bescheidung bedeutet abhängig von der Gnade des Mannes. Anna Karenina ist die Einzige, die ihre Beziehung öffentlich macht. Madame Bovary ist die Einzige, die ihr Kind vernachlässigt, während Effi Priest und Anna Karenina an dem Konflikt, dass das Kind bei dem Mann bleibt und das Kind sich ihnen entfremdet, die an diesem Konflikt zerbrechen. Aber wie erzählt man jetzt diese Geschichte für die Neuzeit, für das Hier und Jetzt? Bleiben wir bei Effi Priest, ist das Thema Ehrenkodex, Ehrenmord im Vordergrund. Und da haben wir einen türkischen Roman von Elif Shafak. Elif Shafak, türkische Autorin, lebt in London und abwechselnd in der Türkei, schreibt auf Englisch und schreibt auf Türkisch Bestseller Romane, teilweise in der Türkei heftigst umstritten und in ihrem Roman Ehre geht es eben um einen Ehrenmord. Da wird eine Mutter, die sich einen Liebhaber oder einen neuen Freund gönnt, weil ihre Ehe nämlich gescheitert ist, weil ihr Mann hat sich nämlich eine Freundin genommen, aber der Sohn der Tochter fühlt sich als Ehrenmann und möchte die Ehre der Familie retten. Die Geschichte arbeitet mit, oder der Roman arbeitet mit Rückblenden, erzählt die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, die Mutter kommt zu Wort, der Sohn kommt zu Wort, die Schwester kommt zu Wort, der Ehemann kommt zu Wort, Es gibt viele Rückblenden in die Vergangenheit, wir erfahren viel über die Gesellschaft, über die Motive der Figuren, warum sie so handeln, wie sie handeln. Ehre von Elif Schaffack. Dann zwei Verfilmungen über einen realen Fall. Im Jahre 2005 wird in Berlin eine junge Frau auf offener Straße erschossen. Diese junge Frau hat türkischen Hintergrund, hat ihren brutalen, gewalttätigen Ehemann verlassen und kehrt zurück zu ihrer Familie, macht sich aber in Berlin, macht sich aber selbstständig, absolviert eine Berufsausbildung und lebt alleine mit ihrem Sohn und geht eine Beziehung mit einem deutschen jungen Mann ein. Und der Bruder erschießt sie, um die Ehre der Familie wieder herzustellen. Zwei Verfilmungen, eine von 2010 mit Sibyl Kekili als Hauptdarstellerin, privates Drama hier, bleibt im Privaten und die zeigt auch sehr eigentlich alle als Opfer. Die Familie, die Brüder, die Mutter, die so agieren, wie sie agieren, wie bei Fontane, wieder besseres Wissen, wieder ihre eigenen Gefühle. Sehr berührend, aber harte Kost, geht unter die Haut. 2019, ganz aktuell, nur eine Frau, derselbe Fall, aber hier nicht nur ein privates Drama, sondern ein Drama, das gesellschaftspolitisch verankert ist. hier geht es zum Beispiel auch um die deutsche Justiz. Wie reagiert die deutsche Justiz auf dieses Phänomen? Einen weiteren Film, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist Mustang. Mustang von 2015, eine türkische Regisseurin, sie lebt, stammt aus der Türkei, lebt aber in Paris und hier geht es um das Schicksal fünf junger Mädchen im Hier und Jetzt in der türkischen Provinz. Diese fünf türkischen Mädchen werden erzogen von ihrer Großmutter und ihrem Onkel, denn die Eltern sind bereits verstorben. Und auf dem Nachhauseweg von der Schule vergnügen sich diese fünf Mädchen harmlos mit Jungs aus ihrer Klasse. Da geht es um einfache Balgereien am Meer. Für uns als westliche Zuschauer harmlos für die Großmutter ein und die Nachbarn ein Skandal. Die Mädchen sind entehrt und es wächst ein Druck diese fünf Mädchen auf den Heiratsmarkt zu bringen. Und der Film zeigt beeindruckend den Kampf dieser fünf jungen Mädchen aus diesem Dilemma. Also fünfmal moderne Ephibris. Der Film ist berührend, traurig, aber manchmal auch heiter. Dann möchte ich Ihnen noch Leila Sliminar vorstellen. Das ist eine Autorin, sie schreibt auf Französisch, ist in Marokko aufgewachsen und geboren und hat sich bewusst dafür entschieden, nicht Musliminnen in ihren Romanen zu thematisieren, sondern moderne französische Frauen. Und da gibt es den Roman all das zu verlieren und da haben sie eine moderne Madame Bovary. Das ist nämlich eine Frau, die alles hat, einen Mann, ein Kind, sie hat auch einen Beruf, weil wir leben ja im 21. Jahrhundert, aber sie ist unglücklich und sie kann mit dieser Langeweile ihres Alltags nicht umgehen und sie hat sexuelle Obsessionen, die sie ausleben muss. Der Roman ursprünglich in Französisch erschien, mit diesem Roman ging Leila Slimminar auf Lesereise nach Marokko und erlebte, dass junge muslimische marokkanische Frauen sie darauf ansprachen und um ein Interview baten und sie ihm ihr Problem eröffneten, nämlich das Problem von unterdrückter Sexualität in Marokko und daraus hat Leila Slimminar ein Comic gemacht, sozusagen eine Grafik Novel der heißt Hand aufs Herz und da geht es eben um diese Gespräche um Frauen aber auch teilweise Männer aber also hauptsächlich Frauen in einer Gesellschaft die von einer rigiden Moral regiert wird und begrenzt wird und die Frauen ihre Bedürfnisse nicht ausleben lässt auch sehr lesenswert ja das war Effi Priest Anna Karenina Madame Bovary die drei Frauen im 19. Jahrhundert und der Vergleich mit mit modernen Romanen und modernen Filmen ich freue mich wenn sie Lektüre Tipps von mir bekommen haben oder Empfehlungen und das was ich ihnen erzählt habe in den Geschichten selber nachempfinden können vielen Dank Peter August Kessler verabschiedet sich und verabschiedet Untertitelung des ZDF, 2020